Willkommen zur 98. Ausgabe von meinem Wochenrückblick was war los auf meiner Farm in Farmarama und äh sonstiges ähm ja ursprünglicherweise hatte ich gesagt das letzte Wochenende das Farmer Juro hier dabei sein sollte dieses Mal aber leider aus einem ziemlich ärgerlichen Grund ist er jetzt hier doch nicht dabei und er weiß nicht ob ich den Grund jetzt hier auch sagen so darf oder auch nicht keine Ahnung deswegen sag ich jetzt mal nicht aber nun gut was soll's werden machen wir noch mal weiter und zwar was war los auf meiner Farm ja natürlich das Hauptthema ist wie könnte es sein der Baby Boom Day Tag der Fruchtballentiere auf Deutsch gibt es nicht irgendwie völlig bekloppt aber was soll's na jedenfalls habe ich dann natürlich auch viel 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 gezüchtet könnte es sein mit Bienchen hier aber wenn man den Stall hier sieht dann könnte man denken hast du mit Hamster gezüchteten und das ist ein Hamsterbiene ja echt witzig muss man sagen aber eins muss ich auch sagen jetzt hier zu den Bienen mir fehlt dennoch die Hornisse wo die Hornisse hin die fehlt einfach jemand hat eine Wächterbiene anstatt der Hornisse genommen kann ich ganz hier verstehen also Bienen da fehlt ein Ticht und deutlich die Hornisse ist einfach nicht drinnen da wäre bei andere lustige Sachen die nicht ganz ich bin wahrscheinlich sind von diesen war vielleicht wirklich ein bisschen surrealistisch für Farmerama Hauptmann lieber eine Hamsterbiene rein aber diese wirklich genial muss man sagen okay jedenfalls würde ich jetzt hier gerne so die Leiste runterklappen so aber kann ich nicht nicht weil meine Hand jetzt schon so verkrampft ist wenn man immer hier die vier Klick muss klick 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 und so weiter und so fort dann muss man sagen würde ich mir auch noch wünschen dass der Funktion geben würde hier ich meine es gibt ja Parfüm gibt es beim Ernteil für die Funktion dass man hier immer gleich drauf klatschen kann da muss man nicht jeden bei Stahl einzeln aber irgendwie könntest du noch machen weil das ist sehr ärgerlich wenn man drei Wissen voller Zuchtwissen hat kann man jetzt mal so 1 2 3 4 zack bei der nächsten 1 oder wenn du brauchst eine Ewigkeit und deine Hand teilweise nicht ich ist so verkrampft die nicht das ist schon total hier für jedenfalls kann ich nicht runterklappen jetzt zum Thema was ich eigentlich sagen wollte und zwar weil eben ihr dann sehen würde meine Moospenny stand ist es so geheim und mysteriös er ist einigermaßen zumindest und zwar das Thema bei meinem Wochenende Gewinnspiel wie viele Moospenny denkt ihr dann hab ich denn jetzt hier nach dem Baby-Boom-Day und wenn ihr das sehen würdet und dann genau seht aha so und so will habe ich nehmt ihr teilen und dann seht ihr und dann gewinnt ihr wahrscheinlich was wir ein bisschen unvergänglich über die schon teilgenommen haben von daher kann ich das jetzt hier nicht sagen aber ich bin natürlich keine Lauf gestiegen hier auf Bahama Rahmen fehlt mir auch noch ein paar IP zu nächsten Aufstieg da hat sich hier nichts großartiges vom Level getan oder sonst aber von dem Moospenny bisschen was sonst ja was was sonst so los ich bin hier Camping Event ist so Ende gegangen habe ich ja komplett geschafft hier noch ein Moment den Check wieder zu getreten natürlich Bienen Eventchen hier aber ich mittlerweile auch schon komplett absolviert hat war auch kein Problem aber auch zwei Nette Items nur ein Sticker wohl so springen hier was jetzt weiß ich geben sollte aber okay aber immer hier die Musik schon sagen hier die Event wenn es dann nur in Zucht in die wenig immer richtig richtig genial denn dadurch werden Opa da geht zum Ernteil fahrt wenn er durch wenn die das neue Zucht hier was ja schon schon Wert hat dann noch mal in die Höhe gepusht was beim Event gefordert werden das finde ich richtig genial auch Baby Bumpe von mir war so wie du begann in der Sangel wirklich der Hammer aber was sie muss hohes Erzüchte kann man sagen links in den beiden Videos auch noch mal in der Videobeschreibung es kann die flotte Bini auf ihr auf dem Markt 10 Millionen vielleicht für die alle jetzt wissen bisschen Spoiler wenn ich jetzt sagen würde weil sie züchtet habe für die dieses Video vielleicht nicht gesehen habe aber ich kann nur sagen ich konnte damit fast 10 Millionen Moospenny machen kann man sich das jetzt denken richtig ab drei Elien Bienen erzüchtet nicht Spaß okay alle Flottbienen aber habt ihr bestimmt schon gesehen vielleicht vielleicht auch nicht dann war das jetzt leider vorher gesagt wann soll es ne aber das blöde war ja auf meiner Nebenfarben wo sie sagen nun Hauptsache mir auch ein paar nette Sachen erzüchtet aber nicht so hohes Tierchen ähm dafür auf meiner Nebenfarben ich habe nämlich wirklich vorhaben vorher gedacht schon auf meine Nebenfarben erzüchte ich bestimmt was Besseres und so war es auch immer bei den Setzlingen auf meine Nebenfarben habe ich immer eine bessere Ausplatte verspiele ich die überhaupt nicht vielleicht nichts daran wer weiß naja ok soviel dazu jetzt hier und das war es dann auch schon im Wesentlichen was so auf meiner Farm los war dazu was war los in Farmer Rahmen wie gesagt Camping Event unter der Woche zu Ende gegangen Textilmüll hier steht hier auf meiner Hauptfarm in einer anderen alten sind irgendwo anders wahrscheinlich auf dem Zielgarten glaube ich dann eben wie gesagt Bienenzucht Event beziehungsweise natürlich das große hier die Bienenzucht wurde eingespielt aber nicht um 14 Uhr wie geplant sondern um 14.40 musste man wie gleich mal gab es 40 Minuten Wartungsarbeiten ja vielleicht hat sich die Hornisse so aufgeregt in den hineingepixt ähm dass sie sich erholen haben müssen noch 40 Minuten Wartungsarbeiten einschieben mussten wer weiß wer weiß wie auch immer es war sogar für sieben und Wartungsarbeiten war sie endlich da die Bienenzucht auch Zuchtangebot kann man auch nicht erst gar nicht zur News Seite klicken kann man auch wieder werben so will ich ja nicht sagen ne für zehn Euro übrigens das Interessante ist auch es ist glaube ich wirklich so wenn man jetzt noch nicht das ist das Witzige das Witzige ist interessant für die Bienenzucht braucht man ja Level 48 das Mindestlevel sonst kann man die Bienen nicht nutzen in den Stall nicht kaufen auf dem Markt sieht man keine Bienen und so weiter man kann allerdings wenn man vorliebe 48 ist dennoch das Bienenzucht Paket dennoch kaufen und dann hat man Bienen Loll kann ich nur sagen ist ein bisschen komisch also ja wer hätte es gedacht vielleicht lohnt sich in der Sinne vielleicht für alle die durch diese erwarten für sich haben da das Zuchtpaket einigermaßen und auch nicht jetzt sicher zu und ist so nie und nimmer gekauft aber was soll es ist ein bisschen komisch jedenfalls naja jedenfalls Bienenzucht natürlich das große Ereignis in dieser Woche die wurde jetzt eben auch eingespielt sehr sehr nice ich warte ja noch immer auf die beiden Zucht auf die beiden Quests die Zuchtquests mit Zeugnis questet hier insbesondere natürlich auf Honig 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 ja ja aber man muss sagen er geht nicht hoch er geht runter vor der Bienenzucht war der auf 400 und jetzt ist er wieder auf 330 Runden ich muss keine Sachen generell habe ich irgendwie so einen spottbilligen Markt erwischt also wenn ich das vergleiche mit der anderen ich habe voll den billigen Markt hier bei vielen anderen für vielen Sachen sitzen da bei euch aus schreibt sich eine in die Kommentare wie viel kostet bei euch ein Honig ich habe Marktnummer 39 übrigens ne jedenfalls selbst wenn sie für 300 nicht unbedingt so viel also ein bisschen wieder schon steigen aber wenn jetzt hier auf 300 wäre sagen wir mal könnte ich 5700 jetzt brauche ich für die quest immerhin noch 1,5 Millionen Moospenny machen aber man stelle sich vor der steigte auf 1300 dann wäre es für mich sechs Minuten Moospenny noch hoffentlich steigte noch natürlich Honigbäume entwerten Honig dann bisschen muss man sagen alle seine Vorrat Nachteile aber Honig ich habe schon früher angefangen Honig zu sammeln ich war schon gefreut auf die Bienenzucht jetzt kam sie sehr sehr gut ja dann gibt es noch irgendwelche news natürlich dieses wochenende wir können es anders sein dann beziehungsweise am freitag gestartet haha baby boom day und die super futter sparaktion ob das jetzt immer so ist ich glaube das letzte mal war es ja auch so dass der baby boom day und super futter sparaktion am freitag gestartet ist 18 Uhr geht dafür dann eben hier auch ein bisschen was als kürze es geht dann eben dafür bis sonntag und nicht wie sonst wenn dann für samstag stattdessen montag ja es ist ungewohnt aber ich denke mal da gewöhnt man sich auch dran vielleicht bleibt es dauerhaft so einfach so also baby boom day und super futter sparaktion noch dieses wochenende einmal habe ich ja gekauft hier dieses paket ich hätte auch das größte kaufen sollen können aber ich habe ihn dann doch nicht dafür entschieden weil es hat gereicht ich hatte noch viel super futter angespart generell muss ich sagen ach was ich hier heute von wieder unglaublich generell muss ich sagen in letzter zeit kommen die zucht die ganzen neue zucht hier in super abstand also letzte panther zucht die weist vor einem monat oder so davor kamel suchten von nicht allzu langer zeit ist wenn man ganz früh zu zurückdenkt vor ein jahr zwei jahren er kamen so den neuen zucht in abstand von vier monaten oder so und jetzt von eine halbe monaten bin ich aber sehr sehr gut denn es wird immer gesagt alle die ihre sollen irgendwann die zucht kommen und wenn man es jetzt so dann macht wirklich all jeden monat eine zucht wenn sie sehr niemand kann mir noch vorstellen dass sie nicht dauer ist alles zu designen und neue tiere und was weiß ich alles und da wir alle zwei monaten neues tier irgendwann hat man das dann geschafft nehmt was ok jetzt sonst gibt es gar nicht mehr was los war hier unter diese woche aber pinensucht da war ja genug los reicht ja schon damit kommen wir zu win und zum fehl der woche fehl der woche ist natürlich die wartungsarbeiten ich war natürlich auch schon bekloppt Sitz im Bord von PC freue mich auf die 14 Uhr 14 Uhr von sich 14 Uhr 14 Uhr 14 Uhr aktualisieren Wartungsarbeiten das war schon ein bisschen blöd muss ich sagen event gar nicht auch glaube ich auch nicht verlängert die 40 Minuten aber 40 Minuten Person Event langsher Ampflanz Event ist wo und 40 Minuten weniger Zeit hat wer ist natürlich ein bisschen ärgerliche vielleicht das Person Event aber zu uns und win der Woche ist er so ein bisschen auf mich bezogen und natürlich hat mit der Bühne Zug zu tun und zwar dass ich und dazu auch noch im Video das höchste Zucht dir züchtet habe wenn auch sehr sehr riskant muss man sagen ja ja riskant aber nur dieses Knopf an Glück gehabt schief gehen können dann wäre es natürlich nicht so schön gewesen ok das ist dazu und damit kommen wir nun zu den Gerüchten es gibt es dann alles und zwar dieses Wochenende BB Boomday übernächstes Wochenende da ist dann das Event schon hier das Robin Hood Event und was ist nächstes Wochenende höchstwahrscheinlich die Setzlings Aktion und zwar mit den neuen Bäumen hier mit Zitronenbaum xl und xl so was braucht die Welt da wir auch zwei ein bisschen lohnenswertere ganz neue und zwar hier die Zierkirsche für die Farm noch dazu Zitronenbaum natürlich auch für die Farm wer hätte es gedacht und dann auch noch für Barmerama auch eine und zwar Johannisbrotbaum oder so nein der bringt kein Brötchen für den Bäcker dann bringt er was anderes und Baum frucht also sie sind also aus der Farm und Barmerama setzen die gleichzeitige und einige Bäume sind zum letzten Mal dabei unter anderem wird wohl auch wahrscheinlich der Honigbaum ist zum anderen weißen und auch Salz Zuckerbaum und was ist noch dabei ich glaube Vogelbebaum es und Blumenthalbaum so ist es zum letzten Mal dabei wahrscheinlich dann soviel zum August wird wieder Setzlinge dann wird wohl im nächsten Monat fast wieder sein im September jaja die Stallmeisteraktion da wird dann der Hahnenstall wo ist er hier ist er neu im Spiel dann integriert wir hatten Hühnerstall ist ja schon jetzt kommt ein Hahnenstall zwar sehr nice sieht aus und so weiter aber ab jetzt hat man fast das Gefühl jetzt gehen irgendwie langsam die Tierarten aus wenn ein Hühnerstall schon im Spiel ist und jetzt ein Hahnenstall kommen muss aber gut was soll es so ist es bin ich gespannt ob das dann bei anderen Tieren so fortgesetzt wird oder nicht dann auch irgendwie ja beim Pferd dann vielleicht beim Pferd dann eben hier auch ein Horst kommt ein Horst oder diese Horst das männliche vom Pferd ach ich bin gerne bei dem Pferd Pferdexperte mal schauen okay so sieht es dann aus dann weitere Gerüchte sind natürlich wie gesagt Robin Hood Event dann vom 26. bis zum 31. August Event Pflanze immer sein Drop Item werden dann diese Pfeile in den Köche sein Sticker ist diese hier zwei Items wird es zu spielen geben dann nicht mehr im August wohl dann im September auch hier die Bilder zum Oktoberfest Event da sind ja auch schon ein paar aufgetaucht das sind diese dann eben hier ähm dann gibt es noch ein paar ältigere Gerüchte wie zum Beispiel ein neues Vorraum was für Farmer Amos überhaupt noch kommt er weiß oder auch hier Elefantenstelle und so weiter und so fort das wird irgendwann kommen wann genau Fragezeichen vielleicht wird Elefanten das nächste Zucht hier wer weiß wer weiß es ist jetzt kein Gerücht es ist nur eine Vermutung ah genau aber manchmal sind Vermutungen auch Gerüchte Vermutungen sind eigentlich Gerüchte was sonst ne gut aber garantieren kann ich natürlich überhaupt nicht das ist jetzt nur wenn mein Bauchgefühl sagt mir irgendwie Elefant wird das nächste Zucht hier ich weiß es nicht aber nur eine Vermutung was ein Gerücht ist ja ne völlig bekloppt das kann man zum nächsten Thema dazu kommen wir zum Schluss noch ähm zu sonstiges und da bin nochmal der Hinweis wenn ihr noch nicht teilgenommen habt könnt ihr es noch tun am ein Wochenendgewinnspiel habt noch Zeit bis heute 18 Uhr was ist jetzt das Video nach 18 Uhr dann ist ein bisschen blöd gelaufen wie viele EP äh Moos bin ich sorry ich denke jetzt hier nach dem Babyboom die habe auf meiner Hauptfarm also nicht auf meiner Nebenfarm wo ich ein ziemlich hohes Zucht herzüchtet habe sondern auf meiner Hauptfarm gibt es unter einem Königskranz und viele andere tolle Sachen hier zu gewinnen ähm dann habe ich auch ein Video gedreht unter der Woche zu den Top 3 Dingen in Famarama die ihr auf keinen Fall machen solltet wo man sich wirklich nur einen Kopf klatschen kann ähm gibt ja noch viele andere Sachen es fiel mir doch ein bisschen schwer das auf 3 einzugrenzen ähm weil da gibt es auch wie in jedem Spiel muss man sagen Sachen die man wahrscheinlich eher nicht tun würde so auch da und dann ist es auch soweit und zwar morgen endlich kann man sagen endlich 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 ist es soweit und zwar mein Let's Play Kanal geht auch weiter und das hier mit komplett anderen Spielen neu mit Left 4 Dead 2 mit Forza 5 dann mit Let's Talk immer ganz was anderes und auch MyFri Su geht weiter und äh auch der Apple Brown und so weiter und so weiter und so weiter und wann alles kommt das könnt ihr da im Video dann nochmal sehen Link dazu dann auch nochmal in der Videobeschreibung und das soll es jetzt ja auch gewiesen sein von diesem Video hier von meiner 98. Ausgabe von was wird los auf meiner Farm in Famarama und sonstiges mit Gerüchten blieblablub ich hoffe natürlich euch hat's gefallen euch noch viel Spaß wenn ihr noch dabei seid beim Züchten vielleicht hier hat auch noch ein bisschen Superfood aber ich weiß nicht ich habe alles eigentlich alles reicht was ich wollte okay gut von daher bis zum nächsten Mal bis morgen denn morgen startet dann auch wieder ein Handwerks Gewinnspiel und zwar jetzt wahrscheinlich ein Puzzleset wieder mal schauen was es ankommt